So, und damit herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Teil der Fachbegriffe in Summer's War. Die nächsten Sachen sollten ziemlich schnell gehen. Part 1 und 2 sind in der Videodescription verlinkt. Und wir machen weiter, wo ich euch Begriffe erklären, Fachbegriffe, die häufiger verwendet werden, was sie bedeuten. Und so weiter. Wir haben jetzt noch übrig General, sonstiges PvP und Gilde, was mir so aktuell einfällt. Wir machen weiter mit General. Deswegen, wir fangen an mit Sustain, beziehungsweise Survival. Das bedeutet, ein Monster, was sehr viel Sustain hat, ist nicht so leicht zum Killen. Das heißt, es hat sehr viel Leben, es hat sehr viel Verteidigung. Es wird vielleicht geschützt durch Schilde oder ähnliches, deswegen Sustain bedeutet, lange überleben, den Kampf hinauszögern. Dann haben wir Food. Food bedeutet, das Monster ist nicht wirklich gut zu gebrauchen. Man spielt es nicht und man feedet, also man füttert es in ein anderes Monster, damit wir ein anderes Monster leveln. Heißt, entweder wir leveln nur Erfahrungspunkte bei einem Monster oder wir tun es zu den nächsten Sternen erhöhen. Beispielsweise, wir haben hier typische Food-Monster, das sind sogenannte Rainbow-Monster. Das sind Food-Monster, die tut man nur zum Leveln hernehmen. Das heißt, wir haben hier irgendwie, keine Ahnung, wir haben hier das High-Elemental, tun dann viermal Food rein und tun es zum Fünf-Sterne-Monster erhöhen. Das ist Food. Oder wie gesagt, Food sind auch Monster, die man nicht spielt, weil sie zu strecht sind, die man auch rein feedet. Zum Beispiel Drei-Sterne-Monster oder auch Zwei-Sterne-Monster. Oder je nachdem, wie gut sie sind, können Food sein oder eben auch gute Monster, die wir spielen wollen. Dann haben wir den nächsten Begriff, das ist Tanky oder Tank. Ist so ähnlich wie Sustain. Und zwar, wenn ein Monster Tanky gebaut ist, bedeutet das auch wieder, es ist nicht so leicht zum Downkriegen, zum Killen. Weil es sehr viel Leben hat, weil es sehr viel Damage einstecken kann. Weil es vielleicht auch noch heilen kann und ähnliches. Dann ist ein Monster Tanky, wenn es lange alleine im besten Fall überleben kann. Nächstes Wort ist Squishy. Squishy bedeutet eigentlich genau das Gegenteil von Tanky. Nämlich, dass ein Monster sehr schnell sterben kann. Dass es wenig Leben hat. Dass es sich nicht selbst schützen kann. Und dass, wenn es angegriffen wird, eigentlich so gut wie down ist. So viel tot ist. Zum Beispiel Kali. Kali ist ein Monster, was richtig krassen Schaden macht. Aber ihr Base HP Wert von 6000 ist einer der wenigsten, beziehungsweise einer der niedrigsten, die es im ganzen Game gibt. Es gibt Monster, die haben 13.000 Base HP, währenddessen sie nur 6000 hat. Also es ist schon ein krasser Unterschied. Deswegen Kali macht guten Schaden. Ist aber Squishy, weil sie nichts aushält. Dann geht es weiter mit Refill. Ist eigentlich auch ziemlich selbsterklärend. Deswegen, wenn wir davon sprechen, wir machen mit unseren Crystals nur Refills. Also wieder auffüllen. Meinen wir damit, entweder durch kristalle Energie aufzufüllen. Oder auch Arena Wings. Um Arena mehr angreifen zu können. Deswegen, das sind Refills. Dann haben wir es noch Revive. Das bedeutet wiederbeleben. Es gibt Monster, die können andere Monster wiederbeleben. Dann schrieb man von einem Revive. Oder auch, wenn man das Monster meint, einem Reviver. Oder Reviverin, wenn es feminin ist. Dann haben wir Secret Dungeon. Secret Dungeon ist folgendermaßen. Und zwar am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag ist jeweils immer eine Dungeon offen von entweder Light Element, Dark Element, Fire Wind Water. Und wenn wir das angreifen, dann haben wir eine Chance, eine sogenannte Secret Dungeon zu öffnen. Das ist so eine Art geheimes Portal, wo man beitreten kann. Und dort kann man dann, je nachdem, von welchem Monster man eine Secret Dungeon geöffnet hat, kann man sich das Monster farmen, was in der Dungeon ist. Naja, zum Beispiel, es gibt eine Secret Dungeon von dem Wasser Inferno, die man zum Beispiel braucht für diverse Fusionen. Wie zum Beispiel, was haben wir denn hier, zum Beispiel den, ja, da brauchen wir den Wasser Inferno. Den kann man sich farmen in dieser Secret Dungeon. Dann haben wir als nächstes Hall of Heroes, was sogar gerade ist. Hall of Heroes ist einmal im Monat. Ich glaube immer an dem zweiten Samstag im Monat. Es sei denn, der FR wurde verschoben. Aber ich glaube, generell sollte es immer jeden zweiten Samstag im Monat sein. Also am Anfang. Nicht jeden zweiten Samstag, so jeden einmal im Monat an dem zweiten Samstag des Monats. Habe ich das richtig gesagt? Zum Beispiel hier ist aktuell eine Hall of Heroes offen von der Dark Assassin. Das bedeutet, wir müssen die verschiedenen Stages besiegen. Bekommen dann Monsterbeschwerungsteile. Und wenn wir 50 Stück haben, dann können wir das Monster beschwören und haben das. Das ist Hall of Heroes. Dann kommen wir zum nächsten Reiter. In meinem Eckstieg, nämlich Sonstiges. Und da fangen wir an mit Derp. Beziehungsweise Derpen. Derpen bedeutet, wie ich im letzten Guide schon erklärt habe, wenn die AI nicht das macht, was wir wollen. Also die AI habe ich im letzten Video erklärt. Das ist, Kurzfassung ist, die Programmierung, wann ein Monster welche Fähigkeiten macht. Und wenn wir von Derp sprechen, dann hat ein Monster die Fähigkeit gemacht, die wir nicht wollen. Beispielsweise, wir spielen in unserer Arena Defense einen Bernhard. Warum auch immer. Oder Kabila. Nehmen wir Kabila. Und wir wollen natürlich, Kabila ist ein Attackbar-Booster. Und wir wollen natürlich, dass Kabila die dritte Fähigkeit macht, die Attackbar um 30% erhöht. Anstatt, dass wir die zweite oder erste Fähigkeit machen. Weil unser Team baut darauf aus, dass wir den ersten Zug bekommen. Dass wir dann unsere CC-Chain durchfahren können und so weiter. Wenn Kabila aber jetzt zum Beispiel die erste Fähigkeit macht, dann ist, beziehungsweise hat sie gedirbt. Nämlich, sie hat nicht das gemacht, was wir wollten. Das heißt Derp. Dann gibt es das nächste, das ist ein bisschen komplizierter, nämlich das sogenannte Cutten. Und zwar, Cutten bedeutet, dass wir eine festgelegte Reihenfolge haben von unseren Monstern, die wir gebaut haben. Aufgrund des Speed-Wertes. Und unser Team eigentlich so von dem Speed-Wert angepasst haben, dass unsere vier Monster alle nacheinander drankommen, ohne dass der Gegner drankommt. Also wir wollen mit unseren vier Monstern zuerst alles angreifen und dann soll erst der Gegner kommen. Wenn der Gegner uns cuttet, bedeutet das zum Beispiel, unser erstes Monster greift an, das zweite Monster, aber dann greift unser Gegner an. Deswegen, der cuttet, also schneidet zwischen unsere vier Monster. Also es kommt vor unserem dritten und vierten Monster dran, das nennt man Cutten. Als nächstes haben wir den sogenannten Proc. Proc gibt es von Fähigkeiten und von Runen. Zum Beispiel der begehrteste Proc in diesem Game ist der sogenannte Violent Proc, der Gewalt Proc. Nämlich, dass wir eine 22-prozentige, habe ich gerade 22 gesagt, ich meine natürlich 42-prozentige Chance haben, einen zusätzlichen Zug zu kriegen. Also 22%, auch wenn man glaubt, es ist mehr, zumindest bei Theo oder bei Ritesch, ist es so, wir haben mit jedem Zug eine 22-prozentige Chance, einen extra Zug zu bekommen, was maximal viermal in Folge passieren kann. In RTA geht es nur einmal in Folge, Gott sei Dank, während in allen Bereichen des Games es sonst viermal geht. Plus, diese Violent Proc Chance wird resettet, also zurückgesetzt, wenn es eine Fähigkeit ist, die uns einen extra Zug gibt, aber nicht durch das Set, sondern durch eine Fähigkeit. Beispielsweise, ein Orion hat auf der ersten Fähigkeit die Sache, dass wir eine 30-prozentige Chance haben, um einen weiteren Zug zu bekommen. Das bedeutet, rein theoretisch könnte ein Orion unendlich viele Züge kriegen, denn wir machen die letzte Fähigkeit, bekommen einen Violent Proc, machen die zweite Fähigkeit, bekommen den Violent Proc, machen die erste Fähigkeit, bekommen den Violent Proc, machen die erste Fähigkeit nochmal, bekommen kein Violent Proc, aber die 30% von dieser Fähigkeit deprocken, also werden aktiviert, dadurch bekommen wir einen weiteren Zug, der aber nicht von Violent ausgeführt worden ist, deswegen werden die Violent Proc Werte zurückgesetzt, wieder auf Null. Das heißt, wir machen die erste Fähigkeit, procken, procken danach Violent, machen wieder die zweite Fähigkeit, procken, machen die dritte Fähigkeit, procken Violent, machen die erste Fähigkeit, procken Violent, machen nochmal die erste Fähigkeit, procken diesmal 30% von der Fähigkeit und es geht wieder von vorne los. Das sind Violent Procs, auch Winning Procs genannt, weil man nur Procs braucht, um zu gewinnen. Als nächstes haben wir die Procs von, ja eigentlich habe ich beides erklärt, deswegen sowohl die Procs von Sets, als zum Beispiel auch der Proc von dem Dispair Set, was eine 25% Chance hat zu stunnen, ist auch eine Proc Fähigkeit, von Runen her und wie gesagt, Ability Procs sind so Sachen wie von Orion oder von, was gibt es denn noch so, was kann ich denn noch procken? Ja, das ist zwar, Rika ist nicht wirklich ein Proc, weil es, naja, man könnte vielleicht ein bisschen von Proc sprechen bei Rika, weil die erste Fähigkeit hat eine Chance auf einen Sleep und wenn das Monster gesleept wird, dann bekommt man einen weiteren Zug. Deswegen ist es indirekt auch ein Proc. Als nächstes kommen wir zum Rap. Und zwar, Rap sind die Monster, die eure Freunde haben in eurer Friendlist. Deswegen, ich denke, Rap steht in dem Fall für Reputation. Vermute ich zumindest. Ähm, das sind die Monster, die ihr von euren Freunden hernehmen könnt. Ne, das sind Rap-Monster. Dann, als nächsten Punkt haben wir Free-to-Play und Pay-to-Play. Heute wird gestellt, äh, die Frage wird heute gestellt, was, was bedeutet Free-to-Play, was bedeutet Pay-to-Play? Ähm, Pay-to-Play bedeutet, man zahlt in this game, man kauft sich viele Sachen, man kauft sich Kristalle, man kauft sich We Are Prairie Stones, man erkauft sich bis in den Progress. Man kauft sich Devilmons und so weiter und so weiter. Das heißt Pay-to-Play. Und Free-to-Play heißt einerseits, dass wir das Game spielen, ohne Geld zu zahlen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist aber auch, ähm, dass wir zum Beispiel ein Free-to-Play-Team bauen. Ein Free-to-Play-Team heißt ein Farm-Able, also ein Team, was man ohne zu zahlen und ohne Luck von irgendwelchen Beschwerungen nachbauen kann. Zum Beispiel ein Free-to-Play-Giants-Team ist Veromos, weil der ist fusible, den kann man fusionieren. Äh, Darion, den kann man in der Sego Dungeon kriegen. Ähm, Bernhard gibt's im Szenario zum Farmeln. Shannon gibt's im Shop zu kaufen oder als Belohnung bei den Challenging Achievements. Ich weiß nicht genau wo, ich glaub irgendwo bei Giants, bin ich ganz sicher. Ich glaub irgendwo hier gibt's die, hier gibt's Bernhard, hier gibt's Shannon zum Beispiel, ja. Das ist auch Free-to-Play, weil ihr müsst nix machen eigentlich. Ähm, und der letzte Slot ist, äh, Bella ist auch Farm-Able in der Sego Dungeon. Das heißt, Bella, Veromos, Shannon, Darion, Bernhard ist ein Free-to-Play-Giants-Team, weil jeder im gesamten Game es bauen kann, weil alle Monster verfügbar sind. Dann gibt's noch die sogenannte Groggy-Stage und das trifft zu in Rift-Dungeons. Und zwar, wenn ihr Rift joint, ist es so, dass immer, wenn wir den Boss killen, greifen wir den Kopf an. Oder können wir den Kopf angreifen. Der Kopf bekommt 100% mehr Schaden, plus ist in Anführungsstrichen Speed unabhängig. Deswegen, ihr könnt 5 Milliarden Speed haben, das ist scheißegal, ihr bekommt trotzdem dieselbe Anzahl an Zügen. Ähm, von daher, mit paar Ausnahmen in Anführungsstrichen, aber das ist nicht so wichtig. Ähm, deswegen, das ist die sogenannte Groggy-Stage, wenn wir in Rift-Dungeons sind und die Kopfhase haben. Dann geht's weiter mit dem PvP-Reiter, und zwar Climpen. Ähm, Climpen, also Klettern, bedeutet auf Ranking zu spielen. Heißt, wir wollen ganz, 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 ganz hochkommen, ähm, den höchsten Rank erreichen, schnell hochkommen, und wir spielen nicht auf irgendwelche Punkte, äh, im Sinne von Glory-Punkte, dass wir hier irgendwelche, ups ja, irgendwelche Tower, äh, hier leveln können oder so, sondern wir spielen wirklich auf, auf Rangliste. Das heißt Climpen. Dann gibt es Stall, vor allem im Begriff von Stall Defensive in der Arena. Stall-Devs sind Verteidigungen in der Arena, die einfach total lange dauern. Nicht, dass die gut sind oder gewinnen können, sondern dass es einfach Devs sind, wo man sich denkt, oh, das dauert so lange jetzt anzugreifen, da ist Rina dabei, da ist Fryer dabei, da ist Feuermumi dabei, äh, das dauert zu lange, ist auch ein bisschen blöd, mit Double-Lusion gegen die Feuermumien, deswegen Fähigkeiten, äh, machen einen, einen, machen Schadenreflektierung und so weiter, deswegen, es dauert ewig und greife ich nicht an, deswegen, eine Def, die lange dauert, die man nicht angreift, nennt man eine Stall Def im Groben. Dann geht's weiter mit C1 und G1. C1, wenn wir vom Rank sprechen, von C1 meinen wir Conquerer 1, also Eroberer 1, ähm, und das sind praktisch die Wertungen mit goldenen Sternen. Man könnte auch C für Challenger sagen, aber kein Mensch sagt Challenger, ne, weil kein Mensch Challenger ist, es sei denn, man ist irgendwie Level 10. Deswegen, wenn wir von C1, C2, C3 sprechen, meinen wir Conquerer 1, 2, 3. Wenn wir von G1 sprechen, meinen wir Guardian 1, 2, 3, ähm, und so weiter, und so weiter. Dann als nächstes haben wir die sogenannten, den sogenannten Cleave, oder sogenannte Cleave Kombis. Und zwar ist es so, Cleave-Teams greifen AOE-mäßig an, greifen alle Monster an und versuchen alle Monster auf einen Schlag zu töten. Das heißt Cleave. Zum Beispiel, die beliebteste Cleave Kombi im gesamten Game ist wahrscheinlich zum Beispiel Tiana, Galleon, Zyros, plus, keine Ahnung, Trinity. Keine Ahnung, irgendwas noch dazu. Deswegen, wir strippen Wildrunen weg, wir machen einen Defense Break mit Detect Buff und One-Shotten alles. Ja, das ist eine Cleave Kombi. Dann haben wir die sogenannte Rush Hour. Rush Hour ist, ich sag mal, die halbe Stunde, würde ich sogar sagen, die halbe Stunde, zumindest auf EU-Server, ähm, um, am Sonntag zwischen halb 10 und 10. das ist die sogenannte Rush Hour und zwar, naja, eigentlich, wenn man sagt Rush Hour, also Stunde, wäre es von 9 bis 10, aber die meisten greifen erst ab halb 10 an, aber, sagen wir mal, es ist so, die letzte halbe bis Stunde von der Arena am Sonntagabend. denn, die Arena, äh, Ranks und auch die Belohnungen von der Arena und so, werden immer gegeben, welchen Rang man um 10 Uhr abends auf EU-Server hat. Und um den höchsten Rank zu schaffen, ähm, weil sehr viele Leute in der Zeit angreifen, nennt man die Zeit zwischen 9 Uhr abends und 10 Uhr abends sogenannte Rush Hour, weil es darum geht, Arena zu rushen, heißt, sehr viel anzugreifen, sehr schnell anzugreifen, sehr viele Punkte in kurzer Zeit zu erreichen, den Rank zu pushen, ja, hochzukommen, zu climben, das ist die sogenannte Rush Hour. Dann haben wir Speed Tuning. Speed Tuning hat auch ein bisschen was mit Cutten zu tun, was ich vorhin erklärt habe, deswegen, im besten Fall bauen wir unser Team so, dass wir es Speed Tuning, dass wir nicht gekuttet werden können, das heißt, wir bauen unsere Monster vom Speedwert so, dass wir nicht, dass kein Monster vom Gegner zwischen unserer Kombi seinen Zug bekommt. Speed Tuning gibt es auch in den eigenen Guide von mir, deswegen, in der Video Description ist es verlinkt, wie man Monster Speed Tune, wie das funktioniert und wie wichtig es vor allem ist. Deswegen, Speed Tuning, grob gesagt, ist die Reihenfolge auch der Monster, in der sie drankommen, dann haben wir Outspeed als Begriff, Outspeed bedeutet, wir haben ein Monster, was sehr viel Speed hat und wollen, dass das Monster zuerst drankommt und wenn wir dann geoutspeedet werden, bedeutet es, dass der Gegner ein schnelleres Monster hat als wir, das heißt, wir werden geoutspeedet, weil wir nicht den ersten Zug bekommen, das bedeutet Outspeed dann haben wir noch Counter das bedeutet vor allem im PvP dass man ein Monster mit einem anderen Monster countert beziehungsweise einfach besiegen kann weil die Fähigkeiten die das Counter Monster hat genau das Gegenteil ist von den Fähigkeiten was das andere Monster hat beispielsweise ein Counter für Sierra ist beispielsweise Rina ja Sierra kann Bomben platzieren und macht auch nur gescheiten Damage wenn sie die Bomben trifft Rina hingegen ist ein Monster was den Element Nachteil hat von Sierra das heißt Sierra geht immer auf Rina es sei denn wir haben einen anderen Wasser Monster oder einen Defense Break auf einen Wind Monster das ist jetzt Nebensache deswegen die Sierra greift Rina an Rina baut man aber meistens auf 100% Resistance das heißt die Chance dass sie Bomben trifft ist schon mal ziemlich gering und selbst wenn dann hat Rina Heilung Rina hat ein fettes Shield deswegen es dauert ewig bis die Sierra durch die Rina kommt von dem gesamten Schaden weil Rina einfach so tanky gegenüber dem der Sierra ist oder was auch ein Counter wäre ist zum Beispiel Harmonia gegen Molongs Molong geht mit der letzten Fähigkeit auf ein Element was im Vorteil wo er im Element Vorteil ist heißt es ist Element Wasser greift somit Feuer an wenn Harmonia unser einziges Feuermonster ist in unserem Team greift Molong Harmonia an das heißt Harmonia verliert sehr viel Leben Molong auch aber Harmonia hat ist auf Nemesis gebaut das heißt dadurch dass sie so viel Schaden verliert durch die Fähigkeit von Molong bekommt sie sofort ihren Zug macht die dritte Fähigkeit halt sich wieder hoch und der ganze Schaden von Molong ging ins Nix weil Harmonia wieder Voll HP hat deswegen so kann man den Schaden von Molong gezielt auf ein Monster umlenken und damit besser planen das sind sogenannte Counter Monster ansonsten die letzten drei Sachen noch ganz schnell das Video dauert wieder viel zu lange ich weiß aber die letzten drei Sachen noch und das sind das Thema Gilde weil es auch sehr oft gefragt wird nämlich die Begriffe Plus 6 Regel Ampelregel und Farming Gilde wir fangen an mit Farming Gilde Farming Gilde ist eine Gilde die nicht auf den hohen Rang spielt sondern es geht der Gilde nur darum viele Gildenpunkte zu farmen viele Summings zu farmen viele Crystals zu farmen ohne aber jetzt einen großen Aufwand zu betreiben heißt gegen starke Devs zu kämpfen lange überlegen was nehme ich da oder so sondern einfach nur in der Früh einloggen GK machen irgendwelche schnellen Sachen easy killen und das war's das ist eine Farming Gilde der es nur um Punkte geht die schnell Punkte farmen wollen ansonsten Plus 6 Regel bedeutet ich kann euch das gerade mal mit unserem eigenen GK zeigen und zwar ihr seht im GK haben verschiedene Leute so Plus Sachen Plus 3 Plus 2 Plus 1 oder Plus 0 deswegen die in Anführungsstrichen stärksten Spieler ich weiß nicht genau wie das skaliert wird wer der stärkste Spieler gemarkt ist ob das nach Arena Rank geht auf jeden Fall es gibt Leute die haben mehrere Plus Werte und diese Plus 6 Regel bedeutet wir dürfen mit unseren 3 Angriffen maximal Plus 6 Punkte machen das heißt zum Beispiel einmal 3 angreifen nochmal 3 angreifen und 0 das heißt 3 plus 3 plus 0 sind 6 oder wir greifen 2 an 2 an 2 an sind auch 6 oder wir greifen 3 2 1 an sind auch 6 die Plus 6 Regel ist deswegen gut weil dadurch es von den Gilden Punkten her bisschen wie soll ich sagen sozialer ist weil dadurch nicht einer alle Gilden Punkte kriegt sondern sich die Gilden Punkte aufteilen auf alle Gilden Member plus es werden dadurch auch mehr Gegner im Gildenkampf angegriffen was dazu führt dass wir überhaupt den Gildenkampf gewinnen wenn alle Leute nur den ersten zweiten dritten vierten platz eingreifen würden dann wäre die HP komplett zerstört man könnte nicht mehr angreifen wenn die down sind dann kann man sie nicht angreifen es bleiben der GK ist vorbei beziehungsweise gewonnen und dann ist es ziemlich unwahrscheinlich dass ihr gewinnt plus wie gesagt die Leute die zuerst spielen kriegen total viele Punkte während die die erst am Abend online kommen denken sich ja geil alles ist down ich kann nur noch hier hinten die drei Leute angreifen das ist sehr fair deswegen plus sechs garantiert einerseits Fairness als auch dass man erfolgreicher im GK ist weil man die Angriffe aufteilt dann kommen wir zum letzten nämlich der sogenannten Ampelregel die auch bisschen was mit der Plus 6 Regel zu tun hat die Ampelregel bedeutet dass man vorzugsweise erst im Gildenkampf Leute angreift die mehr Leben haben im GK geht es darum dass wir einen gewissen prozentualen Lebenswert von allen Bases zusammen reduzieren damit wir gewinnen und das Ding ist je mehr Leben eine aktuelle Base desto mehr Leben ziehen wir mit einem Angriff ab beispielsweise ganz einfach sind alle Balken grün das heißt wenn wir grün angreifen droppt das HP von 100% auf 60% 70% ich weiß gar nicht wie viel es genau sind auf jeden Fall viel mehr als wenn ihr zum Beispiel jemanden angreift wie zum Beispiel hier die Nummer 9 die Nummer 9 hat so ein Fitzel HP das bedeutet wenn wir das angreifen und gewinnen ziehen wir von einem ganz oberen fetten Balken viel weniger Leben ab als wenn wir zum Beispiel Nummer 14 angreifen würden weil Nummer 14 ist noch gelb deswegen wenn wir die angreifen droppen wir auf den HP Wert wie zum Beispiel der Tower 13 hat und ihr seht der Sprung von 14 auf 13 von dem Lebens Balken ist viel mehr als wenn wir den 9 killen und die HP auf 0 machen deswegen die Ampel Regel heißt nach dem Motto erst greifen wir grüne Sachen an dann gelbe Sachen und wenn es dann nichts anderes mehr gibt greifen wir rote Sachen an damit wir als Gilde gemeinsam die HP vom Gegner gleichmäßig runter bringen das ist mit Ampel gemeint ansonsten das war es jetzt erstmal was Fachbegriffe NSW angeht insgesamt waren es 73 Stück innerhalb von drei Videos waren doch ein bisschen mehr als gedacht vielleicht habe ich zu viel an manchen schnell geredet kann gut sein vielleicht zu detailreich vielleicht auch manche Sachen weglassen können weil sie offensichtlich sind ich wollte auf jeden Fall alles mit drin haben was ich so relevant finde deswegen ich hoffe dieser Dreiteiler war interessant für euch und ihr konntet so gesehen jetzt mitnehmen was die diversen Sachen bedeuten wenn sie hoffe dass jetzt da ein bisschen mehr Klarheit ist ansonsten bedanke ich mich fürs zugucken ich hoffe diese series war hilfreich für euch und ansonsten sehen wir uns am nächsten youtube video oder am nächsten stream macht es gut bis zum nächsten mal und ciao ciao